Lange Zeit führten wir Krieg gegen die Schakale. Nun endlich haben wir sie zurückgeschlagen und was uns bleibt ist ein Jahr relativen Friedens. Ein ruhiges Jahr, in dem wir unsere Gemeinschaft aufbauen und wieder neu lernen können, wie man zusammenarbeitet. Mit Einbruch des Winters werden die Frosthürten erscheinen und diese Begegnung überleben wir vielleicht nicht. An dieser Stelle endet das Spiel, davon wissen wir noch nichts. Wir wissen lediglich, dass wir jetzt im Moment die Möglichkeit haben etwas aufzubauen. Genau, wir legen unser Geländer an, wir haben Startressourcen. Und zwar verlese ich einfach mal den Text. Als nächstes legt jeder von uns eine wichtige Ressource für unsere Gemeinschaft fest. Etwas von dem wir entweder einen Überfluss oder einen Mangel haben. Die Auswahl einer Ressource verleiht ihr Bedeutung, sofern sie diese noch nicht hatte. Falls ihr euch für Halbstoff entscheidet, wird er etwas, das eure Gemeinschaft braucht und haben möchte. Jetzt wählen wir als Gruppe eine dieser Ressourcen aus, die reichlich vorhanden sein soll. Sie wird auf der Karteikarte unter Überfluss eingetragen und der Spieler, der sie genannt hat, zeichnet nun ein Überangebot dieser Ressource auf der Karte ein. Die übrigen Ressourcen werden als Mangel auf der Karteikarte aufgeführt. Die jeweiligen Spieler zeichnen die Knappheit ebenfalls in irgendeiner Form auf der Karte ein. Denkt daran, dass Symbole und bildliche Darstellungen in Ordnung sind, Wörter jedoch vermieden werden sollten. Okay, das bedeutet, wir fangen einfach mal an bei Chamber Ale. Nennet uns doch bitte eine beliebige Ressource deiner Wahl. Aber noch nicht, ob Überfluss oder Mangel, oder? Genau, wir sehen mal jetzt erstmal. Ähm, sauberes Trinkwasser. Okay, dann schreib das doch bitte einfach mal irgendwo auf die Karte drauf. Am besten über Überfluss an Mangel. Einfach mal sauberes Trinkwasser. Dann, Eulrug, was hättest du gerne? Ähm, eine Brennstoffquelle. Entweder Holz oder sonstiges. Ja, wir können uns dann noch überlegen, ob wir irgendwann im Mittelalter spielen, oder ob das Öl ist oder sowas, oder Benzin. Das können wir uns dann ja auch noch überlegen, aber dann kannst auch du schon einmal reinschreiben, deine Treibstoffquelle. Ähm, Schoko, was hättest du gerne? Okay, aber ich weiß noch nicht, was für eine Stadt das ist. Also ob das jetzt, keine Ahnung, 14. Jahrhundert? Ja, das wissen wir auch noch nicht. Okay, dann nehm ich einfach Schutz. Okay, also sowas wie eine Palisade oder Mauer. Ja, oder in der modernen Welt vielleicht Polizisten oder wie auch immer. Okay, auch gut, ja. Ähm, der Mangel daran wäre dann ja auch sehr interessant. Äh, Hage, was hättest du gerne? Ja, da wir es noch nicht haben, nehmen wir einfach mal Nahrung mit hinzu. Ja, Nahrung. Ähm, ich bin auch mit dabei. Und, ähm, was nehm ich denn? Energie haben wir, Trinkwasser haben wir. Schutz haben wir in irgendeiner Art und Weise. Ähm, dann sag ich einfach mal die Unterkunft. Genau, äh, dann könnt ihr das einfach mal reinschreiben. Dafür geht ihr auf das I und könnt dann unter Text einfach reinschreiben. Brennstoff, sauberes Trinkfässer, ich sage Unterkunft. Genau, Schutz und die Nahrung. So, dann haben wir fünf Spiele, fünf Begriffe. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, was davon wir im Überfluss haben und was wir eben nicht haben. Lass, äh, jeden eine Ressource bestimmen und entscheidet, äh, welche davon im Überfluss vorhanden ist. Aktualisiert die Karte entsprechend bevor ihr vorfahrt. Ich finde, äh, ein Mangel an sauberem Trinkwasser ziemlich interessant. Vielleicht, äh, irgendwie, ja, krankheitserreger oder verpestete Quelle, die auch immer vorhanden ist. Oder, äh, ganz in der Düne, wie auch immer. Zumindest würde mich das ein wenig reizen. Also, was ich, was ich, glaube ich, spannend fände, wäre, wenn wir nur Schutz haben, aber weder Nahrung noch Trinkwasser noch Unterkünfte. Oder aber wir haben nur Energie. Also, ich glaube, Energie oder Schutz wären so die, die spannendsten Sachen. Also, äh, so eine Bastion, äh, die, äh, denen es unter allen fehlt, aber entweder Schutz, äh, entweder große Mauern, äh, oder, äh, eine Quelle an Energie. Ja, also vielleicht, dass man ein verlassenes Fort oder sowas genommen hat. Also, wir haben ja offenbar Krieg geführt, also vielleicht haben wir uns deswegen, äh, eingemauert. Wir könnten auch nur Nomaden sein, die durch die Gegend ziehen. Ja, das ist, das hatte ich nämlich auch eben so, dass wir eben den Krieg verloren haben, geflüchtet sind und jetzt auf so eine Festung getroffen wären. Oder auf, auf ein Ölfeld oder was auch immer. Also, wie gesagt, wir wissen ja nicht genau, was wir, aber dass wir auf alle Fälle geflohen sind und jetzt neu aufbauen müssen. Ähm, nochmal zu dem Wasser, ähm, und zwar, mein Gedanke dabei war, ähm, Mangel an sauererem Trinkwasser, das kann ja in zwei Richtungen gehen. Es könnte zum Beispiel so sein, dass wir in einer totalen Sumpflandschaft sind, das heißt, es ist Wasser im Überfluss vorhanden, nur halt nichts, das uns was bringt. Ja, genau. Oder es könnte auch in die Wüstenrichtung gehen, weil du jetzt gerade was von Öl gesagt hast, das ginge natürlich auch. Ja. Oder der Mangel ist allgemein in Natur, dass es auf dieser Welt und dieser Dimension kein Trinkwasser gibt und nicht viel davon, sondern man es immer suchen muss. Ich hasse auf jeden Fall dazu, wenn du einen Krieg verlierst, weil dann wirst du ja normalerweise in Gegenden getrieben, wo sonst keiner hin will. Ich würde sonst einfach mal sagen, was haltet ihr davon, wenn ich Nahrung und Trinkwasser schon mal auf Mangel ziehe? Was haltet ihr davon? Ja, das finde ich gut. Passte auf jeden Fall zu Flüchtigen. Gut, dann sauberes Trinkwasser, dann haben wir noch Schutz, Brennstoff und Unterkunft. Wollen wir die Unterkunft sonst auch nochmal auf Mangel ziehen? Eine neue Stadt würde für mich Sinn machen. Eine Überbevölkerung. Aber Unterkunft und Schutz, passt das nicht eigentlich gut zusammen? Ja, das heißt, wir haben nur eine Energiequelle? Das wäre auch spannend. Ja, weiß ich nicht. Ich habe halt das Gefühl, dass Unterkunft und Schutz irgendwie so gekoppelt sind. Also wenn wir jetzt eine Festung hätten oder so, dann ist die ja Unterkunft und Schutz gleichzeitig. Ja, aber wir können ja auch zu viele sein, um diese Festung tatsächlich gänzlich zu bewohnen. Und viele müssen immer noch auf der Straße schlafen. Ja, okay. Oder Schutz könnte auch einfach nur heißen, dass wir gut bewaffnet sind. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie, sagen wir mal, so eine Schlucht oder so, die gut zu verteidigen ist. Aber da ist halt nichts. Ja, das heißt, es könnte halt sein, dass wir hier vom Regen weggeschwemmt werden oder so etwas. Oder der Wind pfeift an uns vorbei. Gut, dann würde ich einfach mal die Unterkunft auch schon mal auf Mangel ziehen. Da müssen wir uns noch auf eins einigen. Zum Beispiel so ein Wüstenplateau oder so fände ich eigentlich ganz spannend. Ist halt schwer, da hochzukommen, aber da ist halt auch nichts. Ja, okay. Wüste finde ich gut. Also Brennstoff kann ich halt schwierig einschätzen, weil ich nicht weiß, was für eine Stadt das sein wird. Ja, das müssen wir uns dann gleich überlegen, in welchem Jahr wir spielen oder generell. Ob das jetzt ein Mittelalter ist oder... Wir werden uns nach dem richten, was wir im Überfluss oder Mangel haben. Genau. Also wir sollen eine Sache in Überfluss nehmen und der Rest als Mangel, die wir aufgeschrieben haben. Korrekt. Dann wäre wahrscheinlich Brennstoff auch als Mangel zu verwerten, wenn wir schon kein Nahrung, saures Trinkwasser haben. Gut, dann machen wir das so. Damit ist das auch gleichzeitig ein Bedürfnis. Das heißt, wir haben ein Bedürfnis nach Brennstoff. Wir haben ein Bedürfnis nach Unterkunft, nach Trinkwasser und nach Nahrung. Und alles, was wir haben, ist Schutz. Von wem kam das? Das kam von dir, Schoko, oder? Ist korrekt. Dann zeichne uns doch mal bitte... Schutz. Schulz. Ja, das ist ein T. Dann zeichne uns doch mal bitte eine Wüstenfestung ein. Oder wie auch immer du das jetzt malen möchtest. Aber du bist jetzt dafür verantwortlich, dass der Schutz irgendwie grafisch dargestellt wird. Und die anderen müssen jetzt einzeichnen, in welcher Art und Weise da jetzt Brennstoff fehlt, Unterkünfte fehlen. Und wir dürfen da nichts reinschreiben. Wir können halt Symbole malen. Aber ja, auch unsere Ressourcen müssen irgendwie eingezeichnet werden. Und ja, das kann halt sein, dass wir an einem Salzsee oder sowas liegen. Also es ist halt Wasser da, aber kein sauberes Trinkwasser. Das könnte eben auch so sein. Ich würde auch mal sagen... Wie ein Mangel an Nahrung. Wüste machen wir, ne? Also ich habe gerade jetzt eine Wüstenfestung. Ja! Gut, dann hast du ein Kater. Nee, passt doch. Passt doch, passt doch. Alles gut. Das kann man so bei halten. Ist alles gut. So, dann. Ich würde es aber einfach mal verschieben. Und zwar in die Mitte. Hast du es gelöscht? Ja, ich habe es gelöscht. Ich mag es in schwarz nochmal. Na gut. Du kannst es auch erstmal groß malen. Man kann es ja klein ziehen. Dann musst du dich nicht damit bemühen, es kleiner zu malen. Genau. Dann schauen wir mal, wie wir da irgendwie hochkommen. Noch so einen kleinen Wanderweg oder sowas. Und derweil können die anderen sich eben überlegen, wie man ihre eigenen Sachen darstellt. dann werden wir hierher aus. Dann werden wir aufpassen. Dann können Sie und zum Beispiel, mit dem Baby, wie wir das entlang haben? Okay. Dann können Sie ja nicht wegkommen. Wie alle schon angefangen haben zu zeichnen, ich weiß immer noch nicht, wie ich was zeichnen soll. Alles klar, dann habe ich meine Unterkünfte mal gezeichnet. Irgendwelche Lehmhütten oder so mit einer Säge unterm Hammer da drüber. Okay, ich habe mir überlegt, wo wir eigentlich Wasser herkriegen. Also so, dass wir auch irgendwie gut beschäftigt sind. Und ich habe mir gedacht, dass die einzige Möglichkeit, einigermaßen gut an Wasser zu kommen, diese Pflanzen zu ernten ist. Die sehr viel Wasser in ihren Blättern speichern, aber die halt nicht überall wachsen und eben auch nicht direkt an unserer Festung. Da haben wir so kleine Trosse, die immer wieder sich die Weite hinausbegeben, um eben jene Pflanzen zu ernten. Da mit Messern aus diesen Pflanzen, äh, Wasser aus diesen Pflanzen zurückzukommen. Genau, dass sich da quasi immer wieder Leute in Gefahr begeben müssen und eben ausziehen und spähen, wo es welche gibt. Jetzt weiß ich, warum ich kein Grafiker geworden bin, wiederum. Ich kann nicht malen. Ich möchte sagen, bei mir ist Talent verloren gegangen. Könnt ihr die Dinger an der Ecke packen, um sie kleiner zu machen, oder wie macht ihr das? Äh, genau, du ziehst die einmal, was hast du denn die Fackeln? Ne, die Blumen ist das, ne? Genau, einmal mit deinem Auswahlwerkzeug einmal umkreisen und dann kannst du sie kleiner ziehen. Schoko malt gerade seine Burg weiter aus. Es ist lang her, dass ich eine Burg gemalt habe, aber ich möchte sagen, ich habe Erfahrung. Ja, die Kinderkärtnerin war stolz. Vielleicht hat die auch gelogen. Okay, wie mache ich das Ganze? Kleiner? Ähm, im Prinzip kannst du auch alles umkreisen und dann kleiner ziehen. Einfach über auf Select Move, den Pfeil da oben, einmal alles auswählen und dann kannst du Größe, Variable einstellen. Ich check's auch nicht so wirklich. Also ich kann's auswählen, ich kann's verschieben, aber ich kann's irgendwie nicht an der Ecke packen, wie ich's gewohnt bin. Ja, genau. Ich mache auch gerade einen Kasten und dann würde ich an der Ecke das kleiner ziehen. Was muss ich stattdessen tun? Äh, genau. Also du musst ihn einfach nur auswählen und an der Ecke kannst du ihn dann kleiner und großer ziehen. Und du auch drehen, das geht auch. Drehen funktioniert auch keiner nicht, komischerweise. Ja, drehen war bei mir kein Problem. Okay, okay, das geht tatsächlich nicht. Ich hatte das im Kopf, dass das gehen würde. Also ich kann's bewegen, das ist kein Ding. So von der Größe passt doch sogar ungefähr. Ich weiß nicht, wie viel wir nochmalen. Das sind Blumenfelder, ne? Äh, du kannst ihn ruhig so verstreut lassen. Ich kann mir auch sagen, ich hab's so groß gemalt. Sind die auch größer oder was sind das für Blumen? Ähm, ich stell mir diese so sukulentenartig vor. Also so halbe Kakteen, also so Dinger, die sehr tief wurzeln. Ja. Und ich denke, ein so ein Blatt ist schon so, ja, ich weiß nicht, so unterarm bis arm lang. So, Euro, wo ist das? Ich hab's schon gezeigt, mein Brennstoff in der Mitte. In der Mitte? Ich sehe nicht. Das blau mit den roten Dingern. Ach so, ah, okay, wer hat denn das gerade gelöscht? Wer war denn das? Ich hab' jetzt gerade gelöscht. Was musst du denn machen? Brennstoff? Ne, Nahrung. Nahrung. Ach komm, Nahrung ist doch einfach. Mach's einfach einen Käsebrot oder so. Malen Brot, genau. Ein Stück, äh, Leibbrot oder dort. Ja, aber eben nicht vorhanden der Nahrung, ne? Ja, ja, richtig, ist ja okay. Ich meine, meine Säge kann man ja auch nicht erkennen, nur wenn man weiß, dass es eine Säge ist. Oder vielleicht gibt's irgendwelche Tiere, die wir jagen müssen. Ja, richtig, dann kannst du auch einen Triveopathen oder sowas malen. Oder ein Mammut. Neckeres Leopardenfleisch. Ich glaube, da will auch niemand hier. Tiere sind am Schwertzimmern, glaube ich. Ja, komm, los, Hage. Mach rein. Ja, okay, okay, jetzt, jetzt. Einfach ein rotes Stück Fleisch, reicht doch. Oder mach das so Höhlenmalerei-mäßig irgendwelche Antilupen oder so. Also ich meine, wenn selbst Olruk sein Holz hinbekommen hat. Ja, vergleich mich nicht mit Olruk. Mag ich nicht. Ich finde das echt schön, dass man das so hin und her ziehen kann und größer und kleiner machen kann und entfernen. Hast du eingeschlafen? Was? Nein, ich bin normal. Okay, weil ich noch nichts sehe. Es gibt Kirschen. Und Kirschen. Ah, ja, jetzt, sehr gut. Wachsen die vielleicht auch? Ne, die wachsen nicht an den Sträuchern von Chamberlain. Kirschbaum. Okay. Mach die nochmal rot. Kirschkakteen. Mal rot ausmalen oder so. Oder wir jagen wilde Weingummis. Da wachsen vielleicht Kirschen dran oder Artkirschchen, aber die sind einfach nur giftig. Das ist auch gut, dass du die, ja genau, dass du die erste aufreinigen musst oder so. Ja, man kann die Früchte nicht essen, aber man kann die Kerne anbraten. Oder sowas. Man kann nur die Blätter essen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Füllen. Mach einfach mit Kräger-Kräger-Rot. Okay. Kannst du doch rein so, das geht ja auch. Ich werde das währenddessen noch ein bisschen beieinander machen. Gut. Dann zieh uns mal die Kirschen. Und dann nach oben. Was, wie hast du dir jetzt kleiner gemacht? Na, ich bin ja spinnert, aber ich kann es ja vielleicht. Jetzt kommt es raus. Wir haben einfach nicht die Rechte dafür. Ekelhaft. Gut. Dann gehen wir tatsächlich auf die nächste Seite und wir erklären, was in jeder Woche passiert. In jeder Woche passiert folgendes. Der aktive Spieler zieht eine Karte, wirft einen Blick ins Orakel, liest den entsprechenden Text laut vor und vollführt ihn dann aus. Ihr befolgt dabei alle fett aufgedruckten Anweisungen. Die Projektwürfel werden um eins gesenkt und der abgeschlossene Projekt werden auf der Landkarte aktualisiert. Der aktive Spieler wählt eine Aktion und führt sie aus. Das können wir uns gleich mal angucken. Denn wir haben wie gesagt Projektwürfel. Da bestimmen wir dann jeder, wie lange ein solches Projekt dauert. Und ja. Karten sie. Es gibt 52 Karten im Spiel, eine für jede der 52 Wochen im Jahr. Die werden nicht alle unbedingt ausgespielt. Im Winter können auch die Frostwirten vorher erscheinen. Und die Karten haben zumeist zwei Optionen zur Auswahl, die von einem Oder getrennt werden. Was denn genau steht im Orakel drin. Genau. Dann haben wir Projekte. Sofern die gezogene Karte nicht ausdrücklich etwas anderes verlangt, durch einen fett aufgedruckten Text, besteht der nächste Schritt darin, alle Projektwürfel auf der Karte um eins zu senken. Was das genau ist, können wir uns gleich nochmal angucken. Ist ein Projekt früher abgeschlossen, etwa weil ein fett gedruckter Kartentext besagt, ein Projekt dafür abgeschlossen werden, ist es stattdessen Aufgabe des aktiven Spielers, vom Ausgang des Projektes zu berichten und die Landkarte zu aktualisieren. Entdecke etwas Neues. Die erstmögliche Spieleraktion Entdecke etwas Neues bringt damit eine neue Situation ins Spiel. Sie kann ein Problem oder eine Chance sein oder eine Mischung aus beidem. Zeichnet die Situation auf der Landkarte ein und versucht eure Skizze so klein und grob zu halten, wie möglich. Sie sollte unter drei Zentimetern groß sein und höchstens 30 Sekunden dauern. Beispiel Situation können wir uns dann angucken. Diskussionen. Wie sich das dann auch so wirkt. Die nächsten möglichen Aktionen ist, halte eine Diskussion ab. Ihr könnt wählen, ob ihr die Diskussion mit einer Frage oder mit einer Abgabe bei einer Erklärung öffnen wollt. Ausgehend vom aktiven Spieler darf jeder im Uhrzeigersinn einmal zur Diskussion beitragen, indem er ein einziges Argument in ein bis zwei Sätzen beisteuert. Falls der aktive Spieler mit einer Frage öffnet, spricht er selbst zuletzt. Hat er mit Erklärung eröffnet, darf er sich nicht noch einmal äußern. Eine Diskussion endet nie mit einer Beschlussfassung oder mit einem zusammenfassenden Plädoyer. Jeder sagt seine Meinung, dann ist es vorbei. Denn so verlaufen Gespräche in Gemeinschaften unordentlich und ohne klares Ergebnis. Dann kann es später auch noch zu den Ärgersteinen kommen. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Wenn es soweit ist. Beginne ein Projekt. Die letzte mögliche Aktion ist Beginne ein Projekt. Der aktive Spieler wählt eine Situation auf der Landkarte aus und legt fest, was die Gemeinschaft tun wird, um sie zu klären. Es findet keine Beratung über die Vorschlag statt. Die Gemeinschaft beginnt einfach mit der Arbeit. Einige Beispiele. Wir bauen einen Minenschacht zum Kühlhaus um. Oder wir töten die Wölfe. Oder wir werden bei Vollmond ein Neugeborenes opfern, um die Windläufer gütig zu stimmen. Überlegt kurz in der Gruppe, wie viele Wochen das Projekt sinnvollerweise bis zum Abschluss brauchen würde. Dann können noch Ressourcen aktualisiert werden. Das Gleichgewicht der Aktionen und Ärgersteine, die dann im Spiel kommen. Kommen wir dann alles soweit dazu, wenn das soweit ist. Ich würde jetzt einfach sagen, wir beginnen mit der ersten Karte. Und die erste Karte im Orakel im Frühling ist das Herz. Die Herzkarten. Dazu decke ich einfach mal Herz auf und wir mischen die Karten. Shuffle. Und dann darfst du bitte einfach mal eine Karte ziehen. Cem Bayer. Enttäusche uns nicht. So, du hast eine Karte unten bei dir drin. Die kannst du bitte mal aufdecken. Das ist die Herz Sieben. Die Herz Sieben. Dann schaust du bitte auf Seite 54 im Frühling auf den Herzkarten, was bei Frühling Herz Sieben passiert. Gut. Da habe ich zwei Fragen. Wo schlaft ihr? Wer ist mit dieser Unterbringung unzufrieden und warum? Oder aber wir behandeln, welche natürlichen Feinde habt ihr in der Gegend? Seid ihr vor diesen Raubtieren sicher? Und ich darf eine von diesen Fragen beantworten, ja? Okay. Ich denke, ich finde die Raubtiere interessanter. Ja, gut. Ich denke, dann wird das Ganze jetzt einfach gerade zum Fantasy-Setting. Wir wissen nicht, wie diese Tiere aussehen. Wir gehen davon aus, dass sie eine gewisse Größe haben. Denn sie können Menschen relativ mühelos zerreißen. Aber das Gefährliche an ihnen ist, sie sind unsichtbar oder zumindest so gut getarnt, dass es fast unmöglich ist, sie zu sehen. Sehen kann man nur ihre Spuren. Und, naja, mit diesem Problem haben wir jedes Mal zu kämpfen, wenn wir wegen mangelnder Ressourcen unsere sichere Festung verlassen müssen. In der Festung allerdings sind wir vor ihnen geschützt. Keiner, der sie je gesehen hat, hat die Begegnung überlebt. Muss ich doppelklicken auf dieses Jahr? Ein ruhiges Ja? Doppelklicken oder ziehen? Äh, es wurde gezogen. Ja, Herz 6, ja. Äh, Herz 6. Die Frage lautet, gibt es Kinder in der Gemeinschaft? Falls ja, was ist ihre Rolle? Oder? Wie alt sind die ältesten Mitglieder der Gemeinschaft? Welche besonderen Bedürfnisse haben sie? Jetzt muss ich diese Fragen beantworten. Kinder, das war so. Ähm. Wir haben Kinder, es sind wenige. Ähm. Sie sind unsere wertvollste Ressource. Und sie stellen unsere Zukunft unseres Stammes dar. Was ist ihre Rolle? Ähm. Nun ja, sie sind die Zukunft. Sie sind, ähm. Sie sichern unser Fortbestehen unseres Stammes. Jetzt muss ich ein Kind zeichnen, oder? Himmel. Okay, Augenblick. Ich war gerade zu sehr mit Zeichnen beschäftigt. Ähm. Diskussion macht jetzt, denke ich, noch keinen Sinn. Was waren die Alternativen? Okay. Ich glaube, das ist naheliegend. Ähm. Ich möchte einen Trupp losschicken, ähm, um nach Wasser zu suchen. Beziehungsweise nach diesen Pflanzen, aus denen wir Wasser gewinnen können. Und ich denke, dass diese Pflanzen eben schon, eher weiter entfernt wachsen. Vermutlich, weil wir die, die in der Nähe waren, halt einfach abgeerntet haben. Und dass das deswegen, ja, ich weiß nicht so, also mindestens ein Tag hin, ein Tag zurück, vielleicht sogar länger. Ach ja, okay. Dann denke ich eher zwei Wochen. Dann bedeutet das aber auch, dass das schon eine gewisse logistische Herausforderung ist. Ähm, denn wenn das so weit ist, dann müssen die ja auch wirklich einiges mit zurückbringen, um die Bewohner von der Festung am Leben zu erhalten. Ja, was sagen die anderen dazu? So ein, ähm, so eine saubere Trinkwasserquelle. Daut das zwei Wochen, um diese Pflanzen dann zu ernten. Regelmäßig dann eben auch, äh, sowas aufzubauen. So ein Transportweg. Äh, ich, äh, also, äh, ein regelmäßiger Transportweg. Ich würde sagen, wir greifen das auf, wie Schembal gesagt hat, dass das halt von Mal zu Mal länger dauert. Äh, denn die, äh, Pflanzen produzieren nicht so viel Flüssigkeit, wie wir verbrauchen. Äh, und, äh, anfänglich, äh, dauert das dann vielleicht nur zwei, drei Wochen. Und, äh, desto öfter wir das dann machen, desto länger wird das dauern. Gut. Dann könnte es sein, was ist... Beziehungsweise, es könnte auch Teil des Projektes sein, oder vielleicht auch ein anderes Projekt, ähm, welche anzupflanzen. Aber die wachsen halt nicht so schnell. Aber das wäre eine langfristige Investition vielleicht. Finde ich aber eigentlich gut. Okay, dann schreiben wir einfach mal über deine Pflanzen, deine zwei. Weil das Ganze zwei Wochen dauert. Und, dann ist dein Zug abgeschlossen. Du hast ein Tier gezeichnet. Und wir wissen, es gibt von denen... Warum ist es durchgestiegen? Das war ein Versehen. Ich suche gerade noch eine Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Ja, warte kurz. Du musst es auswählen und kannst du dann einfach so löschen. Zack. Also. Gut, sehr schön. War nämlich gerade so schön gezeichnet. Okay, dann haben wir hier nur zwei, dein Zug ist abgeschlossen. Dann hat Eurug ein Kind gemalt. Ich habe es zu müssen probiert. Ja. Willst du dann noch irgendwas anderes drauf zeichnen? Damit wir wissen, dass es ein Kind ist? Nein. Vielleicht noch ein Ball oder sowas dazu. Okay. Einfach ein Kreis. Ich probiere es mal gut. Ein Propellerhut. Ein Propellerhut, ja. Genau, damit wir wissen, dass es ein Kind ist und nicht einfach nur irgendein Typ. Sind die Monster so groß oder sind die kleiner? Ich würde sie ein bisschen kleiner ziehen, dass wir genug Platz haben. Aber also so von der Vorstellung her denke ich, sind die schon so groß wie ein Pony oder so. Okay. Der aktive Spieler wird eine Aktion und führt sie aus. Du hast das gemacht. Du hast ein Projekt begonnen. Und zwar den Ausbau von sauberem Trinkwasser. Dann ist Eurug wieder dran. Der hat schon sein Kind gemalt. Und auch für dich gilt, du kannst jetzt die Projektwürfel um eins sinken. Das bedeutet, die ersten Leute kommen von den Trinkwasserpflanzen wieder zurück. Und wir senken einmal die 2 auf die 1. Und wir haben noch eine Woche, damit unser Trinkwasser ankommt bei uns. Dann haben wir einmal den Projektwürfel gesenkt. Der aktive Spieler wählt eine Aktion und führt sie aus. Entdecke etwas Neues, halte eine Diskussion ab oder beginne ein Projekt. Dann schaue ich mal. Entdecke etwas Neues, lese ich nochmal vor. Die erste mögliche Spieleaktion, Entdecke etwas Neues, bringt damit eine neue Situation ins Spiel. Sie kann ein Problem oder eine Chance sein oder eine Mischung aus beidem. Zeichnet die Situation auf der anderen Karte ein. Versucht eure Skizze so klein und grob zu halten. Immer wenn alles zu beherrscht und zu einfach erscheint, können wir mit dieser Aktion auf ein neues Thema oder Dilemma ins Spiel bringen. Wenn Einzelpersonen auftauchen, geben wir ihnen einen Namen und tragen sie in eine Karteikarte ein. Das wäre eben, dass irgendwas passiert. Euruk? Äh, ja. Du kannst auch ein Projekt, das wieder ausbauen. Projekt wäre zum Beispiel jetzt Nahrungsbeschaffung oder Unterkunft zu bauen, zum Beispiel. Eine Unterkunft zu bauen, wie ein Projekt. Genau. Dann würde ich sagen, würde ich das anstoßen, eine vernünftige, behelfsmäßige, für die Zeit, die wir verbringen, eine Unterkunft zu bauen, ein Blockhaus. Äh, okay. Das soll ja auch dann für alle reichen, damit es dann eben nicht nur ein Mangel da ist, sondern eben für all die Flüchtlinge. Ich weiß nicht, wie viele wir sind, vielleicht 100. Und, äh, wie lange meinst du, dauert das? Woraus ist das Material von diesen Häusern? Aus, 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 aus Holz, aus Holz, aus Holz, aus Holz, aus den Ressourcen, die uns hier in der Gegend zur Verfügung stehen. Wenn wir aus Holz, aus Lehm, äh, gebacken, also... Vielleicht von den Kakteen, die Chamberlain sowieso, ähm, mitgebracht hat? Das wäre auch möglich, dass man das Kakteenholz benutzt. Äh, wahrscheinlich, die, die Basis, die für die meisten Häuser, die, äh, in Ressourcen angehen, stattfinden, ist wahrscheinlich Leben. Also gebackener Leben, den man zu, äh, Ton formt und, äh, äh, ja, Häuser baut. Okay, wie lange, äh, Wochen soll das dauern? Das war's doch schon ein bisschen länger, also, ich würde sagen, sechs bis acht Wochen mindestens. Ah, sechs Wochen ist, glaube ich, maximal, bin ich der Meinung. Dann sechs Wochen. Dann machen wir sechs, finde ich gut. Dann schreibe ich eine sechs in die... Zack, sechs Wochen. Sehr gut. Dann ist deine Runde durch und wir geben weiter an Schokoort. Bitte eine Karte ziehen. Ja, dann ist jetzt diese... Ich muss einfach Drawer drücken, richtig? Glaube ja. Oder rausziehen, einfach... Ja, für die Herz 2. Was ist die Herz 2? Was hat er, was hat er Eurok denn gedrückt? Ich weiß nicht, warum... Ich hab gar nichts, du Doktor, das ist nicht von mir. Okay, bei Cembal sehe ich jetzt gerade unten, dass Cembal unten eine Karte hat, in ihrem Tableau... So, ich hab meine Karte jetzt auch da rausgezogen. Ja, genau, ich hab die nämlich nicht, äh, rausgezogen. Aber ich mach das jetzt mal so, dass wir die als Erste in der Reihe haben. Perfekt, super, dankeschön. Du, dann, äh, schauen wir mal auf die Herz 2, bitte. Das ist eigentlich das Ding, wo wir gerade drin sitzen, oder? Ja? Naja, es kann ja auch sein, dass es noch ein weiteres Gebilde gibt. Oder halt der Salzsee, von dem Frost, die geredet hat. Oder der Salzsee, ja. Oder, wie gesagt, wir haben ja diese Festung, haben wir auch nur als Flucht übernommen. Kann ja sein, dass wir jetzt die, dass die Erbauer dieser Festung noch was anderes gebaut haben. Also die Frage, was? Vielleicht ist die Festung, dass die Spitze sozusagen dieses Gebildes... Dass die nach unten in den, in den, äh, Krater runterreicht, oder was? Finde ich auch, finde ich gut. Eine alte, eine alte unterirdische Kirche. Oder eine, ja, Mine, ja, genau. So, dass wir eben unter, unter der Festung, wir sind ein bisschen rumgelaufen und haben dann eben, nachdem wir ein paar Bretter beiseite geräumt haben, haben wir also Zugang zu der Mine gefunden, oder so. Oder Kirche. Eine umgedrehte Kirche, dann mal die doch einfach mal rein. Ich ziehe dafür... Mal das einfach mal unter unsere Kästen, dass wir wissen, dass es unter dem Kasten, äh, noch weiter geht. Sehr gut. Dann, da werde ich schon mal einmal für uns alle die, äh, Projekte 1 vermindern. Und zwar können wir einmal bitte bei den Häusern eine 5 reinschreiben und die 6 löschen. So, wenn ein Projekt fertiggestellt wird, kann man davon ausgehen, äh, dass es erfolgreich verlaufen und nützlich für die Gemeinschaft ist. Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, ein Erkundungsprojekt mit enttäuschenden Hoffnungen zu erwähnen. Okay, interessant. Aber selbst dann sollte ein abgeschlossenes Projekt immer ein Schritt, äh, nach vorne und nicht wie ein Rückschild wirken. Das heißt allerdings nicht unbedingt, dass die gesamte Gesellschaft mit dem Ergebnis zufrieden ist. Chimbael, du bist mit deiner Gruppe aufgebrochen, hast, äh, diese merkwürdigen Kakteen eingesammelt. Konntest da auch wieder, ähm, Hölzer dann sammeln, die wir dann für den Bau von unseren Gebäuden benutzt haben. Wo das daneben auch weitergeht. Und, äh, wir können diesen Trinkwassermangel zu einem Überfluss ausbauen. Beziehungsweise, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird erstmal nur als Mangel, Nahrung, Sauber. Ich glaube, ich glaube, es wird zumindest nicht mehr als Mangel gezählt. Aber was ist denn sonst noch passiert? Also, bei der, bei der Erkundung haben wir vielleicht noch irgendwie, warum sind wir vielleicht nicht in der Allikale zufrieden? Woran liegt das? Hm, möglicherweise, weil nicht alle lebend zurückgekehrt sind, sondern weil die Karawane angegriffen wurde und, äh, einige Leute dabei umgekommen sind. Und ihre Verwandten und Freunde, die trauern natürlich. Okay, gut. Aber wir haben Trinkwasser. Das Erste. Dann, äh, Schoko hat die unterirdische Kirche gemalt. Ja, und dann würde ich sagen, äh, starte ich nicht noch ein Projekt, sondern ich entdecke etwas Neues. Kann ich mir selber aussuchen, was ich dann entdecke? Oder wie funktioniert das? Also, äh, ja doch, du kannst jetzt eine neue Situation einzeichnen. Also, du kannst jetzt ein Problem oder eine Chance erschaffen. Oder eine Mischung aus beidem. Und dann das Einzeichen, was auch immer es ist. Ihre Kinder, die ja unsere Zukunft sind, fallen dieser seltsamen Religion da unten anheim. Sehr gut. Aber das Schlechte sehen wir. Dann, ähm, wie willst du das einzeichnen? Alle da unten, jetzt ein Kind. Auf den Knien betend. Ja, ja, okay. Ja, ja, mal auf den Knien. Wie gesagt, ich kann es dir auch kleiner ziehen. Ja, warte, ich bin hier. Das ist erstmal ein Knien des Kindmals mit dem Ball dazu. Damit wissen wir auch, dass es ein Kind ist. Wollen wir das Kreuz da unten in der Kirche nicht umdrehen? Ja, vielleicht hast du ja auch ein anderes Symbol. Nur dazu, dass du weißt, dass es ein Kind ist. Der Beil, den alle Kinder dabei haben, ist Pflicht. Genau. Gesetzlich was geschrieben. So, dann hast du im Prinzip deine Aktion noch abgeschlossen, indem du etwas Neues entdeckt hast. Dann, Hage, bitte ziehe eine Karte. Ich ziehe eine Karte. Das ist der König, Herzkönig. Dann erzähl mal, was vor dem König passiert. Wir haben eine Person, die sich bei uns herauskristallisiert, die auch ziemlich charismatisch ist und die die Führung übernehmen will. Also, der die Führung übernehmen will. König ist ja auf jeden Fall männlich. Und findet auch viele Anhänger. Nicht alle sind mit seiner Weltsicht einverstanden. Er sieht hier in dieser Festung für uns die Zukunft, sieht die Vergangenheit als Vergangenheit an. Und dass wir als Stamm oder als Sippe hier die neue Gelegenheit kriegen, zusammenzuwachsen. Und er hat mittlerweile schon relativ viele Leute, die ihm zuhören oder auch folgen. Jemals Vorbild sehen. Okay, interessant. Noch was, was ich sagen sollte? Oder? Ja, du hast den König vorgelesen? Achso, nee, habe ich nicht. Ich, ich, ich... Welche Seite ist das? Ich glaube, bei 52. 57, Verzeihung. So, warte kurz. Frühling ist bei 54, 57 K. Okay, nee, das hat damit gar nichts zu tun, was ich gesagt habe. Ein kleiner Junge fängt an, in der Ecke zu graben und entdeckt etwas Unerwartetes. Worum handelt es sich? Oder ein alter Mann gesteht frühere Verbrechen und Untaten. Was hat er getan? Das ist natürlich... Also, ich überlasse es dir, aber was von beidem passiert? Ja, das mit dem kleinen Jungen wäre natürlich interessant. Das könnte man dann mit der bereits, mit dem bereits vorhandenen Kult da kombinieren. Ich glaube, das finde ich gut. Dann können wir nach und nach die Geschichte dieser Festung, wo wir uns befinden, unser Stamm, herausfinden. Er, der kleine Junge, findet, während er, das ist auch einer dieser Jungen, der öfter runtergeht in die Kapelle und sich diesem Glauben angefunden hat oder sich dem zugehörig findet. Und beim näheren Durchschauen dieser Kapelle, wo es auch viele Gemäuer gibt, die noch gar nicht erkundet sind, weil das ziemlich groß ist da unten, findet er versteckt unter einem alten Altar Knochen. Aber nicht Knochen eines Menschen, sondern Humanoid, jedoch scheint, was auch immer hier vorher gelebt zu sein scheint oder was hier vergraben wurde, um einiges größer zu sein als die bekannten Menschen. Und zwar deuten die Knochen darauf hin, dass der Mann, der hier vergraben wurde, mindestens drei Meter groß war. Okay, dann mal mal die Knochen. Okay. Ich muss gerade überlegen. Das war jetzt deine Königskarte. Dann springen wir wieder zurück auf die Verminderung der Projektwürfel. Wir haben zurzeit nur ein Projekt, das sind die Häuser. Die gedeihen dank dem seltsamen Bäumen, Kakteen, gedeihen die prächtig. Das war der Projektwürfel. Und willst du das mal zeichnen oder willst du schon sagen, was du noch für eine Aktion ausführst? Aktion, also entweder das Neues erdecken, ein neues Projekt schaffen oder Diskussion. Aber Diskussion ist vielleicht... Ja, das schieben wir noch ein bisschen. Ich glaube, ich mache mir kurz ein, zwei Minuten Gedanken. Alles klar, dann ziehe ich schon mal eine Karte. Karte... Karte ziehen. Dann habe ich die Queen. Die Herzdame. Was ist das Schönste in der Gegend? Oder was ist das Scheußlichste in der Gegend? Das Schönste. Was ist das Schönste in der Gegend? Und zwar haben wir in der Nähe einen unglaublich hübschen roten Baum. Der ist allerdings so groß, dass wir den ohne Hilfsmittel noch nicht erreichen können. Und an diesem Baum hängen die sagenumwogenen, ja, kirschähnlichen Früchte. Und weil wir in seiner so trostlosen Landschaft wohnen, ist dann sowohl der Stamm als auch die roten und grünen Kirschen daran. Die Proto-Kirschen sind ein Farbenschauspiel, das eben besonders hübsch ist. Und deswegen mache ich jetzt diesen Kirschbaum. Okay, dann bei Hage hatten wir noch nicht vermindert. Doch, hatten wir schon. Dann mache ich aus der 4 mal eine 3. Und dann erst die Frage an Hage, ob du schon weißt, was du tust mit deiner Aktion. Ja, ich glaube, wir starten ein Projekt. Ja. Und zwar machen das die Kinder. In der Dorfgemeinschaft fällt des Öfteren auf, dass einige der Kinder fehlen über mehrere Stunden am Tag hinweg oder auch am ganzen Tag. Die befinden sich dann unten in der Kapelle und fangen an, diese zu erkunden und Teile dessen auszubauen als wahrhaft, ja, im Grunde Kultplatz. Okay, das heißt, die Kirche wird ausgegraben unter dem Altar, da wo die Knochen gegraben worden sind? Ja, die Kirche wird ausgegraben. Die Gänge, die noch nicht erkundet sind, werden erkundet. Das sollte ein ziemlich großes Gemäuer, große Katakomben unten sein. Und vielleicht entdecken wir da ja was ganz Neues. Gut, dann kannst du gleich ja schon einmal die neue Katakombe unter die Kirche zeichnen. Das ist eigentlich dann nur der Eingang in die Katakombe, diese Kirche. Der Eingangssaal, die Eingangshalle. Und dort lag irgendwie so ein Wächter, der drei Meter groß ist. Und wie lange dauert das? Da können wir alle diskutieren. Gerade wenn es Kinder sind? Das soll ja auch ein riesiges Gemäuer sein. Ja. Kinder, die ausgraben, ich würde sagen sechs Wochen? Ja. Okay, dann schreibe ich da mal eine sechs dran. Und dann ist deine Aktion mit dem, wie gesagt, du musst doch die Katakomben malen. Das kannst du nach und nach machen, aber erst mal das Skelett, dass das fertiggestellt ist. Dann kann ich das da reinziehen. Dann wäre deine Runde vollständig abgeschlossen. Meine Runde ist zumindest schon am Anfang. Ich vermindere die sechs, die eben gekommen ist. Vermindere ich auch noch mal auf die fünf. Und dann möchte ich nicht etwas Neues entdecken, sondern ich werde eine Diskussion starten. Und ich stelle eine Frage an euch, an die Gemeinschaft. Sollen wir uns alle zu dem Kult bekennen, den wir nicht kennen? Schön bei dir. Zwei, drei Sätze. Nein, sollten wir nicht. Das ist höchst besorgniserregend, was die Kinder da tun. Und wir sollten das als weisere, klügere Erwachsene ganz dringend unterbinden. Ulrich. Wir sollten diesen Kult annehmen. Die Kinder sind unsere Zukunft. Sie erkennen unsere Zukunft. Sie sind unsere Zukunft. Sie weisen uns in die Zukunft. Schoko? Unsere alten Götter haben uns verraten, ob das die Neuen uns schützen. Frage. Was auch immer hier einst war, hat uns Zuflucht gewährt. So sollten wir diesem Glauben annehmen. Kinder weisen uns den richtigen Weg. Ich sehe es auch so. Kinder sind die Zukunft. Und dieses Gebäude wurden uns von den neuen Göttern geschenkt. Damit ist die Diskussion entschieden. Es wird nichts beschlossen. Es steht einfach nur so im Raum. Aber, Cembae, wenn du möchtest, du wurdest überstimmt und zwar von allen. Du kannst dir, wenn du möchtest, einen Ärgerstein nehmen. Und zwar, wenn du möchtest, für jeden Spieler, der jetzt für Spannung bei dir gesorgt hat oder für Frustration. Und, ja, weiß ich nicht, also, hm, sagt einfach, dass du einfach gerade ein bisschen frustriert bist. Malst du dir einfach einen Strich unten rein oder irgendwie den Punkt oder einen Knopf oder sowas, den malst du dir in dein Chamberl fällt unten. Das wäre eben eine Option, dass du einfach, einfach aufgestauter Ärger und Frust. Okay. Das kannst du natürlich sein lassen, aber Option ist da. Ja, keine Ahnung. Ich bin der Meinung, ich repräsentiere jetzt da die Bevölkerungsgruppe der alten Graubärte. Und, ja, die sind auch zufrieden. Wengt dran, Kälzer werden verbrannt. Gut, dann mal dir doch einfach mal einen Ärgersteinchen, egal wie der aussieht in dein Chamberl fällt. Und wir warten immer noch was riesiges Glätt. Was ist denn los? Ja, das braucht eine Weile. Ja, ja, Ausgrabung, wenn sowas dauert. Ja, aber die Ausgrabung muss ja auch noch gezeichnet werden. Ja. Gut. Drei Wochen, sechs Wochen haben wir gesagt. An den Zeitplan halte ich mich. Dann nächste Runde. Frühling. Tschöp, ich bin wieder dran. Gut, dann ziehen wir mal eine Karte. Das ist die Herz 3. Schauen wir mal, was die sagt. Wir waren jetzt viel bei den Kindern und das greift auch eigentlich alles schön ineinander. Aber vielleicht ist es gut, wenn wir nicht nur einen wichtigen Schauplatz haben. Deswegen würde ich sagen, jemand Neues taucht auf. Und zwar findet jemand seinen Weg aus der Wüste zu uns. Der ist in sehr schlechter Verfassung, mehr tot als lebendig und stolpert quasi über unsere Türschwelle. Und... Vielleicht ein Prophet vom neuen Gott? Wer weiß, also... Wir lassen den auf jeden Fall erstmal rein und päppeln den auf. Und wer weiß, was draus wird. Okay, gut. Dann geben wir ihm doch mal gerne einen Namen. Und wenn du möchtest, dann könntest du das Kind von EUR kopieren. Dann machen wir den Ball weg. Oder du mal einen eigenen. Ich mal einen eigenen. Ja, mal einen eigenen, gib ihm einen Namen und dann... Weißt du schon, wie er heißt? Nein, weiß ich noch nicht. Gut. Dann gebe ich dem... Achso, warte mal, die 2. Und da wird es zu 4. Und dann lösche ich da die 3. Und hier die 5. Ich habe eine Idee. Ich glaube, er heißt Xenos. Xenos. Der Fremde. Du musst ja... Dein Skelett sieht cool aus. Du musst aber auch noch die Katakomben malen. Warum werde ich hier so geil? Du hast nur noch 4 Runden Zeit. Dann müssen die da liegen. Dann sind sie ausgegraben. Dann ist das Skelett fast fertig. Ja. Okay, dann... Wenn Chamberl soweit wäre... Malen kann ich danach auch noch. Ja. Ich habe jetzt noch... Projektwürfel habe ich gesenkt. Du hast jetzt noch Aktion. Entdecke etwas Neues. Halte deine Diskussion ab. Oder beginne ein Projekt. Ich entdecke etwas Neues. Eine Chance oder ein Problem? Oder eine Muschung? Ich denke, wir wissen noch nicht so genau, was es ist. Denn unsere Festung wurde von einem Erdbeben erschüttert. Und es ist ein bisschen was kaputt gegangen. Nicht so schlimm. Aber in der näheren Umgebung hat sich ein Riss im Plateau aufgetan. Der, naja, da jetzt erstmal liegt. Und darauf wartet, erkundet zu werden. Okay, vielleicht auch für ein neues Projekt. Schauen wir mal. Vielleicht ist da eine Mine drin. Oder irgendwie Metalle oder so. Dann kannst du noch Xenos malen. Und diesen Riss. Der Riss geht sicherlich viel schneller. Und dann ist deine Aktion zu Ende. Ulrich, darf eine Karte ziehen? Dann ziehe ich mir eine Karte. Ich ziehe mal von der Karte. Ich muss ein Doppelklick, oder? Draufklicken? Oder ich ziehe jetzt die Drei. Ich glaube, ja. Da schreibt man, wie muss die Herz-Drei im Grunde? Klicke für ziehen, ja genau. Also da muss halt... Ich kann sonst nochmal mischen. Die Herz-Drei von Chambay, oder? Genau. Sie zieht es hier nochmal. Da, acht. Dann schauen wir nach, was die Acht uns bringt. Eine alte Maschine wird gefunden, beschädigt, aber... Wird gefunden, beschädigt, aber vielleicht zu reparieren. Welche? Wozu könnte sie nützlich sein? Eine alte Maschine, oder? Eine alte Maschine wird gefunden, sie ist verflucht und gefährlich. Wie zerstört die Gemeinschaft diese Maschine? Ich entscheide mich für Lösung A. Eine alte Maschine wird gefunden. Sie ist in dem Sinne keine Maschine. Sie ist ein... Bei Ausgraben, bei diesem Erdbeben, wurde ein Riss entdeckt in diesen Katakomben. Und es legt ein Gemach frei, in dem ein blauer Stein, eine Art Altarstein, gefunden wird. Hier ist etwa 2 x 2 Meter hoch. Oder 1 Meter hoch. 2 Meter Quadrat. Er leuchtet wieder ab in einem leichten bläulichen Schein und gibt einen Summen von sich. Und ein leichtes Fribrieren. Wozu könnte sie nützlich sein? Das wäre vielleicht eine Aktion, um herauszufinden... Also eine... Ja, müsste herausgefunden werden wahrscheinlich innerhalb einer schlimmen Zeit. Was tut, warum es tut und das tut und wozu? Ist das korrekt oder habe ich jetzt was über... Äh, ist das schittert an oder? Was hast du gesagt? Eine alte Maschine, ich habe mich... Entweder oder. Eine alte Maschine wird gefunden, beschädigt, aber vielleicht zu reparieren. Welche? Wozu könnte sie nützlich sein? Ja, genau. Oder eine alte Maschine wird gefunden, sie ist verflucht und gefährlich. Wie zerstört die Gemeinschaft dieser Maschine? Genau. Ich habe mich für die erste Variante entschieden. Wozu könnte sie nützlich sein? Ja, du lässt es einfach mal offen und müsste dann Projekt sein. Also du kündigst ein Projekt an. Ähm, das... Ich muss gerade mal schauen. Das ist jetzt zumindest erstmal die Karte, die du gezogen hast. So, jetzt kannst du die Projektwürfel senken, das habe ich ja mal getan. Und jetzt kannst du sagen, ähm, entdecke etwas Neues, halte eine Diskussion ab oder beginne ein Projekt. Du könntest diese, ähm, diese Maschine jetzt auch demnächst auch als Projekt verkünden. Du könntest das auch sagen, das ist das Projekt. Oder du sagst, das soll jemand anderes sagen. Uns fehlt auch noch Nahrung, uns fehlen noch Brennstoff. Das würde ich dir mal anzulassen. Gut. Die Maschine zu beschreiben, was die wozu nützlich ist und wie lange es dauert, diese Nützlichkeit herauszufinden. Ja. Ich würde einfach mal jetzt einen blauen Artaschen anzeichnen. Äh, ist Xenos von den... äh, Xenos ist der fertig? Ja, der ist fertig. Sehr gut. Der Name kommt doch größer. Okay. Das ist jetzt deine Altarmaschine, die du baust oder zeichnest oder was? Ich probier's. Gut. Und... Was ist dein Projekt? Oder dein, äh... Mein Projekt wäre, ähm... Gut, wenn ich keine Angst habe, dann würde ich sagen, äh, mein Projekt wäre die, äh, Untersuchung dieser Maschine, dieses, dieses Altarstands, was er, wozu er nützlich ist, wozu er dient irgendwie. Könnte ja auch abhängig davon sein, wie kompliziert das sein soll, ne? Was das eben alles tut. In der Tat, genau. Also, was würdest, was würdet ihr so ansagen? Drei oder vier Würfel? Äh, sagen wir einfach... Ja, vier, vier. Warum nicht? Im Grunde egal. Wer hat die blaue Linie gemacht? Woher sie was wegbekommen? Okay. Okay. Sonst zur Not Steuerung Z. Machen wir drei oder vier? Machen wir drei Wochen. Machen wir drei Wochen. Alles klar. Gut, dann ist deine Runde fertig. Nach Euro kommt Schoko. Ja, dann zieh ich jetzt meine Karte. Boah. Habe die Herz-Vier gezogen. Dankeschön. Äh, 54. Ja. Welche wichtigen Grundwerkzeuge fehlen der Gemeinschaft, oder? Warum lagert ihr eure Lebensmittel? Warum ist es ein riskanter Aufbewahrungsort? Was fehlt der Gemeinschaft? Wir haben offensichtlich Bauwerkzeuge, sonst könnten wir keine Hütte bauen. Das schließt sich also aus. Wir lagern unsere Lebensmittel in der alten Festung, die allerdings mit den Jahren undicht worden sind. Wenn es also tatsächlich einmal hier regnen sollte, was zwar selten ist, wird das für uns schwere Folgen haben. Okay, wie malen wir das? Ja, das überlege ich mir. Ähm, und dann? Hast du die Counter alle schon runtergesetzt? Äh, ja, habe ich. Äh, unsere Bauhütten sind da. Das heißt, wir haben jetzt eine Wohnung für alle. Oh, soll ich in den Altar rüberziehen? Ja, mach einfach bitte. Ich habe schon gesehen, dass du die Wellen da gemacht hast. Ich habe einige Räume gebaut, und je nachdem, was wir da finden, können wir die Räume ja ausstatten. Ich würde sagen, ich mache etwas Neues auf, und zwar... Die Kinder, die diesem Glauben anhängen, haben aus den alten Schriften erkannt, dass die größte Prüfung für die Menschen oder Wesen, die hier früher gelebt haben, war, eins dieser unsichtbaren Wesen zu erlegen. Einige bereiten sich nun darauf vor. Geheim natürlich. Das ist noch geheim, Mann. Da sind hier die anderen... Das sagen sie nicht den Erwachsenen, aber untereinander strichelt man sich wohl an, dass man nur dann wirklich zu den neuen Gottern bekehren könnte, wenn man so eins erlegt. Ja. Finde ich gut. Aber das sorgt natürlich auch für ganz schön viel Trubel, so in den Kindergemeinschaften, ne? Gerade, wenn man sowas geheim halten will. Ich nehme mir da auf alle Fälle einen Ärgerstein für. Ach ja, da gehen auch ein paar Kinder bei Tod. Ja, sicherlich. Ich nehme mir den Ärgerstein für. Dann fehlt noch die Nahrungsergänzung, Schoko. Das musst du auch mal machen. Und die Prüfung. Gut, die haben wir jetzt als Raum... Also es muss halt nicht gemalt werden, aber das ist halt so das nächste Projekt von den Kindern. Gut, dann ist deine Aktion fertig, ne? Dann ist Hage dran. Eine Karte ziehen. Dann ziehe ich die nächste Karte. Herz 9. Schau ich mal, was das ist. 9. Ein charismatisches junges Mädchen überzeugt viele, ihr bei einem ausgeklügelten Plan zu helfen. Worum handelt es sich? Wer schließt sich dem Unterfangen an? Beginne ein Projekt, um dies wiederzuspiegeln. Oder ein charismatisches junges Mädchen will viele zu sinnhaft oder gefährlichen Aktivitäten, verführen. Warum tut sie das? Wie reagiert die Gemeinschaft? Ja, ein charismatisches junges Mädchen will viele zu sinnhaften und gefährlichen Aktivitäten verführen. Ich glaube, hier haben wir schon unsere Kult-Liederin gefunden. Die sich dem ganzen, da unten, dem neuen religiösen Eifer der ganzen Kinder mittlerweile einverleiben möchte. Sie sieht den Kult als die Zukunft an. Sie sagt den Kindern, dass vor allem von jenen Eltern, die von dem neuen Glauben noch nicht ganz überzeugt sind, sie sollen sich doch von ihnen abkapseln, denn das gehen die alten Wege und die alten Wege sind falsch, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Und sie ist auch, Zuko hat schon im Projekt gestartet, hier eine dieses Vieh zu töten. Also kann man das damit verbinden oder wäre das sehr schlecht? Nee, das ist noch kein Projekt. Das ist nur etwas Neues. Aber du kannst das gerne zu deinem Projekt machen. Das passt nämlich sehr schön zu deinem Projekt. Wenn du abgeschlossen hast, dann hat ein Kind etwas getötet. Ja, wunderbar. Dann machen wir das zu einem Projekt. Okay. Und zwar will das Mädchen die Stärksten dieser Kinder und die Mutigsten, mitunter auch wahrscheinlich die Dümmsten, zusammenführen. Und eine kleine Kämpferschar aus den Kindern bilden, die Exekutive dieses Kultes. Und um sich zu beweisen, dass sie wahrhaftig bereit sind, geht eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend dieser Kinder gemeinsam auf Jagd, auf eine dieser Bestie. Ich würde sogar sagen, das würde unseren Nahrungsmangel beheben, den wir noch nicht genutzt gehoben haben. Und dementsprechend würde ich auch die vollen sechs Punkte ansetzen, weil es eben mehrere Probleme löst. Okay, finde ich gut. Sechs. Gut. Dann bist du fertig. Ich mache mal einen kleinen bewaffneten Kindertrupp. Das war aber erst mal nur deine Karte, ne? Ja, aber ich habe ja gleich das Projekt begonnen. Genau, korrekt. Richtig gut. Dann nach Hage komme ich. Ass. Welche Gruppe hat in der Gemeinschaft den höchsten Status? Was muss man tun, um in diese Gruppe aufgenommen zu werden? Oder gibt es klare Familieneinheiten in der Gemeinschaft? Wenn ja, welche Familienzusammensetzungen sind üblich? Also bisher waren die Kinder zwar schon hoch angesehen, aber die eigentliche, die eigentliche, den eigentlich höchsten Status haben, natürlich die Frauen. Ähm, was muss man tun, um in dieser Gruppe aufgenommen zu werden? Tja. Frau sein ist vielleicht gar nicht so üblich. Also man muss nicht so geboren sein, aber man kann sich natürlich den Frauen anschließen und auf Kinder aufpassen, während die Männer irgendwie auf die Jagd gehen. Das ist natürlich irgendwie, ja, die bringen halt Wasser nach Hause und so, aber die bauen halt auch irgendwie Gebäude. Aber dass auf das Kinder aufpassen, das ist so eigentlich die, die richtige, das richtig Wertvolle, weil die Kinder sind eben die Zukunft und, äh, dementsprechend dann die, die Erzieher. Die Erzieher sind, äh, die haben höchsten angesehen, ähm, bei uns. Also nicht, nicht generell Frauen, sondern einfach Erzieher. Dann, äh, die Projektwürfel. Die Katakomben sind ausgegraben und der Altar ist fast fertig. Aber ist das jetzt nicht auf den Moment für den Ärgerstein, weil die Älteren, die sind ja sehr unzufrieden, dass die Erzieher nicht eingreifen und diese ganze kultische Tun da unten. Ja, noch wissen sie es ja nicht, oder? Oder haben sie ja schon davon erfahren? Sie wissen ja zumindest, dass die Kinder da unten da wild am Graben sind, ganz gefährlich und da keiner mal... Stimmt, wir wissen ja auch schon irgendwas von der Religion, also die Religion wurde ja diskutiert. Willst du dir den Ärgerstein nehmen? Ja, komm. Na los, dann nimm dir den Ärgerstein. Nein, Leute sind unzufrieden. Ähm, dann male ich vielleicht gleich noch eine Erzieherin. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich schaue einfach mal, ich mal eine weitere Person. Und ich möchte etwas Neues entdecken. Nahrung, Wüterschaft, Brennstoff fehlt uns noch und zwar entdecke ich etwas und zwar ein Problem. Ähm, denn es nähert sich langsam, aber unaufhaltsam ein Sandsturm unserer kleinen Festung. Langsam, aber unaufhörlich. Wäre eben auch die Möglichkeit für einen Ärgerstein für euch. Ich verstehe diese Ärgersteine nicht, ehrlich gesagt. Also betöpft das jetzt Odens? Oder ist das innerhalb der erzählten Welt? Oder also wo muss ich diese Steine hin tun? So, warte mal kurz. Ärger. Immer wenn jemand findet, dass er bei einer Entscheidung nicht angehört oder respektiert worden ist. Okay, es ist keine Entscheidung. Es ist halt keine Diskussion. Kann er einen Ärgerstein nehmen und vor sich legen. Ärgersteine zu nehmen ist euer Ventil für Widerspruch und Spannung. Wenn jemand ein Projekt beginnt, mit dem ihr nicht einverstanden seid, dürft ihr eure Bedenken nicht äußern oder außerhalb der Spielreihenfolge sprechen. Stattdessen dürft ihr euch einen Ärgerstein nehmen. Ärgersteine bleiben normalerweise bis zum Spielende vor den Spielern liegen. Sie dienen als Erinnerung an vergangene Streitigkeiten. Ihre Hauptfunktion ist es, das Gesellschaftsklima anzuzeigen. Daneben könnt ihr sie auch auf zwei Arten wieder in die Tischmenge abgeben. Durch selbstsüchtiges Handeln oder durch das Abbauen von Spannung. Falls ihr also irgendwann zum eigenen Vorteil und bewusst zum Nachteil der Gemeinschaft handeln wollt, könnt ihr einen Ärgerstein abgeben und damit euer Handeln rechtfertigen. Ihr entscheidet selbst. Später im Winter wird das auch noch wichtig für die Frosttöten. Da ist dann wichtig, wie viele Ärgersteine da sind. Okay, alles klar. Gut, dann bin ich fertig. Ich habe die Projektwürfel gesenkt und ich habe den Wirbelsturm entdeckt. Schäme mal, ich bin dran. Gut, das ist die Herz 5. Schauen wir mal. Es gibt eine beunruhigende Legende über diesen Ort. Wie lautet sie? Alarmierende Wetterphänomene zerstören etwas. Wie und was? Da würde sich der Sandsturm jetzt natürlich anbieten. Ich denke, der Sandsturm macht auf dem Weg irgendetwas kaputt, was wir dringend gebraucht hätten. Das Wasser? Ja, entweder das Wasser oder diesen wunderschönen Kirschbaum. Aber du hast den Wirbelsturm jetzt schon bei den Pflanzen eingezeichnet auf der Seite. Dann machen wir es so, dass der Sandsturm einen Ort erreicht, wo wir eben wussten, dass noch welche von diesen Pflanzen wachsen. Und wo wir deswegen beim nächsten Mal wieder unsere Karawane hingeschickt hätten. Und ja, wir können nur oben auf der Mauer stehen und hilflos mit zusehen. Und naja, der kommt in unsere Richtung. Das heißt, wir müssen uns wohl langsam was einfallen lassen, was wir tun, wenn der uns erreicht. Okay, dann setze ich aber das saubere Trinkwasser wieder auf Mangel. Ich muss gerade gucken. Nahrung haben wir noch nicht, ne? Ne, das fehlt noch. Gut, dann senke ich die Ärgersteine. Und zwar der Altar. Das Projekt ist abgeschlossen. Ich muss gerade mal schauen, ob du das jetzt entscheidest oder Olruk. Ich glaube, der, der an der Reihe ist. Was gibt es denn da zu entscheiden bei dem Altar? Das war die Maschine, die Olruk wieder in Gang bringen wollte? Ja. Wenn ein Projekt fertiggestellt wird, kann man davon ausgehen, dass es erfolgreich verlaufen ist und nützlich für die Gemeinschaft. Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, ein Erkennungsprojekt mit Enttäuschung und Hoffnung zu beenden. Aber selbst dann sollte ein abgeschlossenes Projekt wie immer ein Schritt nach vorne und nicht wie ein Rückschritt. Das heißt allerdings nicht unbedingt, dass die gesamte Gemeinschaft mit dem Ereignis zufrieden ist. Ich würde sagen, also wenn es keine Regel gibt, die da irgendwie explizit dagegen steht, dass Olruk uns erzählen soll, was das für eine Maschine ist. Denn er hat sich ja dafür entschieden. Dann Olruk. Nun gut, diese Maschine, die Kinder finden heraus, dass man bestimmte Symbole auf diesem Altar, die freigelegt wurden bei der Restaurierung, in eine bestimmte Reihenfolge drücken muss. Und dieser Altar beginnt von diesem blauen Summen. Dieses blaue Summen wird stärker. Dieses Summen steigert sich, sodass es für auch die überirdischen Höhen ist, für alle Beteiligten hier in diesem Lager. Und über Nacht beginnen sich so langsam blaue Kristalle aus dem Boden zu wachsen und zu sprießen, sodass wir jetzt ein großes Kristallfeld nahe unserer Burg, unserer Unterkunft haben. Okay, das möchtest du eine neue Ressource erschaffen? Ich würde es als... Handelsware? Ich würde sagen, man muss untersuchen, wozu diese Kristalle dann weiter dienen und wozu sie nützlich sind. Okay, könnte Handelsware sein. Könnte man nach Essen vielleicht nicht, aber ja, mal sehen. Vielleicht einen Brennstoff oder eine Energiequelle. Ja, Brennstoff. Okay, damit haben wir unsere Quelle für den Brennstoff. Das ist auch gut. Ich probiere mal, auch die Kristalle zu malen. Okay, dann war das das Ende vom Projekt Altar. Cembeil hat noch drei Optionen, und zwar Neues, Diskussionen oder Projekte. Da ich schon mit dem Sandstorm angefangen habe, denke ich, ich starte ein Projekt und zwar alles, was der Sandsturm im Burghof und so vernichten könnte, hinunter in die Katakomben zu schaffen. Was natürlich auch wieder Konfliktpotenzial hat, weil, naja, da unten ist ja unser Kinderkult. Aber, naja, schauen wir mal, wie lange das dauert, beziehungsweise, was denkt ihr, wie lange dauert es, bis der Sandsturm da ist? Tja, ich weiß nicht, wie viel haben wir ja nicht, oder? Zwei oder drei Aktionen? Arge, was hast du? Sagen wir minimal. Zwei Wochen waren, glaube ich, minimal, ne? Eins bis sechs. Eins bis sechs, ja, dann eine Woche. Komm, wir sehen den ja nicht so weit. Vielleicht hat der Trupp, der zurückgekehrt ist, davon berichtet und gesagt, in einer Woche ist er da. Gut, dann schreibe ich da eine Eins hin und male ein paar Kisten in den Raum mit dem großen Skelett. Äh, Hage, du bist unser Kindersprecher, weil du hast die Kult-Sachen da entdeckt. Ist das vielleicht Stress für die Kinder? Dass die Leute da unten sind, die auch sind. Dass die ganzen Erwachsenen jetzt in ihre Kult-Räume ziehen. Gerade, wenn sie da jetzt irgendwie Ausbildung machen wollen, kannst du den Ärgerstein nehmen. Ich nehme mir den Ärgerstein. Okay. Dann ist Cembeil fertig, Olruk. Ich probiere noch, Christoph zu zeichnen. Was soll ich machen? Du sollst noch eine Karte ziehen, bitte. Achso, muss ich auch noch, stimmt. Er hat zehn. Irgendwo auf der Landkarte gibt es noch eine andere Gemeinschaft. Wo? Was unterscheidet sie von euch? Oder Welche Glaubenssätze und Praktiken tragen dazu bei, eure Gemeinschaft zu einnennen? Ich würde sagen, ich nehme Option A. Irgendwo auf der Landkarte gibt es noch eine andere Gemeinschaft. Wo? Was unterscheidet sie von euch? Ich würde behaupten, sie existiert weiter nördlich für uns. Wir kommen meinetwegen aus dem Süden. Wir sind nördlich für uns, diese Gemeinschaft. Was unterscheidet sie von euch? Interessanterweise würde ich behaupten, diese Gemeinschaft besteht seltsamerweise nur aus alten Menschen. Es gibt keine Kinder. Das ist ja auch spannend. Ich habe einfach mal unseren Turm kopiert und kleiner gezogen. Falls dir das recht ist. Gerne. Dann ist das vielleicht das gleiche Bauwerk? Oder ist das ein leicht anderes? Ist das ein hoher Turm? Ein Turm ist eine gute Idee. Sie unterscheidet sich auch grundsätzlich. Also ist es keine feste, sondern ein Turm. Aber alte Leute können doch gar nicht Treppen steigen. Tja, das ist ein rätseles Glückwunsch. Vielleicht wohnen sie da gar nicht. Vielleicht wohnen sie um die Turm herum. Oder sie haben einen Aufzug. Oder das. Okay. Aber wir haben eine rivalisierende Gemeinschaft, die vielleicht auch für unsere Kinder neidisch ist. Dann unsere Eins, die oben war, zieht nach unten und das Projekt wird abgeschlossen. Eulruck. Erzähl doch mal, was passiert, wenn die Erwachsenen runterziehen und in die Gruft kommen? Was passiert da? Ich habe es gerade akustisch gesehen. Wer wohin zieht? Wir ziehen jetzt ja alle nach unten wegen dem Sandsturm. Und das ist jetzt die Frage, was die Erwachsenen sagen, wenn sie jetzt in diese... Es ist ja nicht diese Kirche, sondern die Kinder haben ja den Altar ausgegraben und das Sklett gefunden. Und darunter trainieren sie jetzt die ganze Zeit schon. Was passiert da jetzt mit den Erwachsenen? Also wie verhalten die sich? Die Erwachsenen fühlen sich komischerweise unwohl in dieser Gruft und auch in der Nähe dieser Kinder. Sie fühlen sich... Die Kinder fühlen sich fremd an. Als wären sie nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Als wären sie verändert. Sie fühlen sich fremd an einfach. Sie haben sich von ihrer Gemeinschaft entfernt. Okay, dann darfst du ein neues Projekt beginnen, etwas Neues machen oder diskutieren. Ich würde ein neues Projekt, die Untersuchung dieser Kristalle auf ihre Nutzbarkeit... Die Kristalle hast du schon gezeichnet, ne? Ich probiere es gerade noch. Ja, reicht doch schon, ist doch okay. Dann kommt die Darin, Steuerung A, Steuerung C und dann komme ich hier noch auch noch welche hin. Warte. Wir wissen, dass das Kristalle sind, die wachsen dann aus diesem Spalt raus. So, du willst sie untersuchen als Brennstoff oder als was auch immer? Also ich würde sagen, als Brennstoffquelle, ja. Gut, dann, wie lange dauert das? Ich würde sagen, drei Wochen. Meinst du, so lange? Man muss ja versuchen, wie man diese Kristalle benutzt. Ob man sie verbrennen kann oder ob man sie zerstören muss, zerreiben muss und wie man sie dann vielleicht entzündet oder... Hage, Schoko, was meint ihr? Drei Wochen passt schon. Ich meine, wir sind jetzt ja auch gerade vom Sandsturm eingeschlossen. Da muss man die erstmal wieder freilegen. Okay, dann ist Euruk fertig, Schoko. Eine Karte ziehen. Ich habe den Herz entschuldigt. Den Buben. Buben, ihr seht ein gutes Omen. Worum handelt es sich? Oder ihr seht ein böses Omen. Worum handelt es sich? Handelt sich um ein gutes Omen. Und zwar hat der Sandsturm am oberen Teil unserer Festung ein religiöses Symbol freigelegt, das die Kinder auch in der Kirche gefunden haben. Es gibt also großes Glück zwischen den Kindern, dass jetzt offensichtlich die Götter ihr Geschenk wertschätzen. Ja, okay. So, dann... Etwas Neues oder ein Projekt? Was haben wir denn gerade für Projekte? Warte kurz, warte kurz. Wir müssen einmal die Bestie auf zwei sitzen. Dann müssen wir den Altar auf zwei sitzen. Und es ist kein Projekt abgeschlossen, ne? Dann kannst du weiter machen. Also uns fehlt gerade Nahrung. Da kümmern wir uns aber drum. Und Brennstoff auch drum. Das Trinkwasser fehlt noch. Und die Unterkunft haben wir schon. Ja. Ich würde ein Projekt anstoßen. Und zwar haben einige der alten Leute beschlossen, dass man wie damals in der Heimat nach Wasser einfach nur graben muss. Und wollen jetzt einen Tunnel bohren. Bis die auf Grundwasser stoßen. Ob die Kinder damit jetzt so einverstanden sind? Dann mal mal einen Tunnel oder einen Brunnen zu graben. Ja, mal mal einen Brunnen. Du könntest uns auch schon den Schacht hier, den Haken, den kannst du auch mit Wasser füllen. Genau, man will nämlich... Die Sue haben sich den tiefsten Punkt ausgesucht und graben einfach nach unten. Ich weiß nicht, wie lange dauert es einen Brunnen zu graben? Lange. Sechs Wochen. Sechs Wochen? Findest du? Der hat jetzt zwei gesagt. Ich hatte auch sechs Wochen gesagt, weil wir sind in der Wüste und das dauert bestimmt ewig. Und das Ding ist auf Fels gebaut. Text. Sechs. Ja. Dann bist du fertig und nach Schoko kommt Hage. Eine Karte bitte.